Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2, die von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar auf dem Turm beim Hangar, wo er immer steht, wenn er auf dem Hangar steht, hier oben bei der Treppe. Sie schauen uns auch an, was er dabei hat und eine kleine Empfehlung von mir. Gut, dabei hat er wie immer ein exotisches Engramm, das machen wir am Ende dann auf und hier hat er das harte Licht dabei. BVP-technisch war sie mal extrem stark, wird aber momentan nicht mehr so viel gespielt. Es gibt andere Automatikgewehre, die im legendären Bereich sind, die da absolut mithalten können für BVP. Ja, sie ist okay, aber es ist eher eine PvE-Waffe momentan, denn sie hat folgenden Vorteil. Diese Waffe vereint alle drei Schadenstypen von Licht. Das heißt, wir haben hier Solarschaden, Arcuschaden und Leereschaden, mit dem wir dann natürlich in verschiedenen verlorenen Sektoren oder Dämmerungsstrikes alle Schilde wegschießen können, wenn da spezielle Schilde stark gemacht sind durch die Fähigkeit passgenau. Das macht hartes Licht durchaus attraktiv, weil wir hier eben eine Waffe haben, die einfach alle drei vereint. Nimmt natürlich einen Exoslot weg, aber unter Umständen in den ein oder anderen, ja, PvE-Missionen durchaus zu gebrauchen. Im Großen und Ganzen für PvE eine durchaus brauchbare Waffe. Gut, dann haben wir Kebris Stachel für die Jäger. Hier ist es so, dass wenn man jemanden schlägt mit voller Nahkampfenergie, wird sofort die Rauchbombe ausgelöst. Also wenn man natürlich auch mit Rauchbombe spielt, ja, ist klar. Und wir erhalten die wahre Sicht, wenn wir also einen Feind, beziehungsweise uns mit dem Rauchbomben-Effekt eindecken, sage ich mal. Weil wahre Sicht ist, dass die Feinde auch durch die Wand markiert werden, dass wir die durch die Wand sehen. Es ist für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, es ist ein Wall-Hack im Prinzip. Also halt nur, dass es kein Hack ist, sondern einfach, dass wir die Sicht durch die Wand haben. Die Feinde werden uns angezeigt. Ist ganz witzig für PvP, weil wir natürlich dafür in ganz kurzen Moment die eigene Rauchgranate verwenden können, um die Feinde zu scannen durch die Wände sozusagen. Probiert es aus, es ist wirklich witzig. Gerade wenn ihr da viel mit der Rauchgranaten arbeitet, macht das durchaus Spaß. Probiert es im PvP mal aus. Es ist jetzt kein Exo, dass man viel mitnimmt, aber es ist auf alle Fälle funny im PvP damit zu spielen. PvE würde ich es eher weniger empfehlen. Bei den Werten haben wir hier 59 und der Stärkewert ist natürlich nicht wahnsinnig hoch. Macht es von den Werten her nicht attraktiv. Aber wenn man sie noch nicht hat, würde ich sie mal holen und ausprobieren. Als nächstes unbändiger Löwe. Hier kriegen wir für die Titans bessere Manövrierfähigkeit in der Luft, wenn wir schweben. Nun, wenn ihr in verschiedenen Aktivitäten, Sprungrätseln oder Passagen Mühe habt, mit dem Titan zu springen, diese Exos werden euch das Ganze erleichtern. Damit schwebt ihr besser länger, bessere Manövrierfähigkeit in der Luft und so weiter und so fort. Also im Klartext, wenn ihr Titan seid, der sagt, okay, gibt es so ein paar Stellen, da ist es ein bisschen schwierig drüber zu kommen oder hin zu springen. Die werden euch definitiv helfen. Da würde ich sagen, die müsste man dann fast schon holen. Für PvP sehe ich sie eher nicht, aber für PvE gewisse Sprungpassagen sind sie sehr, sehr gut. Nun, am Ende, Phoenix Protokoll für den Warlock ist ein, also absolut kein PvP-Exo, aber im PvE ist es wirklich zu gebrauchen. Denn, wenn wir das Super-Rift stellen und in dem Super-Rift machen wir Kills, also töten Feinde, wird ein Teil der Super-Energie zurückgegeben. Damit können wir sehr, sehr viel Super-Energie zurückladen, auch wenn Verbündete das machen, also wenn Verbündete in unser Rift stehen und dann Feinde töten, kriegen wir auch einen Teil der Super-Energie zurück. Macht die extrem stark. Ihr könnt sehr, sehr häufig dann euer Rift stellen, Phoenix Protokoll, definitiv holen, wenn man sie noch nicht hat. Von den Werten her mit 62 ist okay, Intellektwert ist tatsächlich sogar noch relativ hoch, also geht höher, aber es ist anständig im Bereich. Würde ich also definitiv holen, wenn man sie noch nicht hat. Im PvE ausprobieren, ich werde feststellen, okay, da kriege ich richtig viel Super-Energie zurück. Nun, wir machen noch ein exotisches Engrammchen auf, landet wahrscheinlich in der Post, aber trotzdem, das wären die Luna-Fakturstiefel bei mir. Die verschwinden natürlich direkt ins Postfach. Nun denn, am Ende sage ich noch, wie immer, ihr könnt hier diesen Beute-Zug annehmen, wo ihr dann die Möglichkeit habt, einen exotischen Code am Ende zu kriegen, mit dem ihr beim Tresor, beim exotischen Tresor Waffen holen könnt. Habt, könnt natürlich auch schon Waffen holen oder Rüstung holen, die eher, ne, es sind glaube ich nur Waffen drin, Entschuldigung, Rüstung gar nicht. Könnt da aber auf alle Fälle Exos holen über diese exotischen Codes. Das heißt, es lohnt sich definitiv, wenn man noch nicht alle Exos hat, das hier zu machen. Gut, das war es auch schon vom lieben Xur. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr Schönes gekriegt habt aus dem Engrammchen, was ihr euch gegönnt habt. Ein bisschen Feedback da lassen. Lasst ein Like da, um mich, um das Video zu unterstützen. Und am Ende bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.